Youtubers live! Sollte nochmal wer schreiben, dass Manu es vor mir gemacht hat und ich ein Nachmacher bin, werde ich dich finden und töten. Ich bin immer noch ein geiler O-Yedi! Planet Wars Kutter 2 Game Review erzeugt jetzt ein großes Interesse. Ich habe auf dein erstes Dale-PC-Video gewartet, was? Akzeptiere ich mal so, ne? Yeah! Und damit willkommen wieder bei Youtubers live! Wir haben bald genug, um den Gommel-Youtuber-Rang uns zu gönnen. Ich möchte mal eben was gucken. Welches Spiel ist jetzt voll uninteressant? Das hier zum Beispiel. Das verkaufen wir einfach. Na, bam! 3 Dollar, Leute. So, was ist überhaupt unsere Planen jetzt, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Prüfungsdatum 28. Der wieviel ist? Der 23. Ah, Benachrichtigung. Ich brauche ja Kohle. Muss doch irgendwo stehen, oder? Was meine Aufgaben sind, oder? Bin ich jetzt blöde? Ich bin dein Vater! Ups, Entschuldigung. Falsche Wohnung. Ich sehe, du hast einiges an Zeug hier. Würdest du mir Mario-Regal überlassen, damit ich es meinem Sohn geben kann? Nein! Nein! Hä? Klingelt einfach. Steht ihr vor, da kommt einer bei euch, er klingelt einfach. Sagen sie, könnte ich vielleicht ihren Fernseher für meinen Sohn haben? Dann sagst du so, nein, bist du dumm oder so? Und dann guckt er dich an. Kein Ding, mein Sohn hätte den eh weggeworfen. Was ist das für eine verdammte Logik? Mein Gott. Ah, die Subs steigen wieder. Geile Sache. Ich habe die letzte Male vergessen, meine Videos zu editieren in dem Spiel. Mann. Doch mal zu der Sache. YouTubers Live. Da schreiben echt viele, die hast du von GEP geklaut. Die haben es am selben Tag hochgeladen. Ich um 13 Uhr und er um 16 Uhr 30. Also hat er es von mir geklaut, Mann. Ist doch egal. Ich hasse dieses geklaut, geklaut. Weil ich nur mal gesagt habe, damit das echt nervt. Du solltest mehr aufnehmen. Du solltest mehr dich in meine Angelegenheiten einmischen. So. Oh nein. Mutter, wenn du das nicht lernst, werde ich dir die Hausarrest geben. Ach, halt doch den Rand, du Olle. Mann. Hallo, magst du deine derzeitigen Telefonanbieter? Ich bin mir sicher, dass du nicht tust. Alter. Ich bezaufe ich jetzt keine Kohle. Guter Fakt, jede Fondanbieter versuchen immer neue Sachen zu verkaufen. Was sind das gerade für Anrufe? Ergebnis anzeigen. 30 Dollar, Alter. Sehr Hammer. Du hast eine E-Mail. Das Video ist unterhaltsam, aber zu kurz. Könnte das nächste Mal wieder etwas länger sein? Okay. So, ich will jetzt erstmal auch apropos Video. Ich will jetzt mal was aufnehmen wieder, ne? Wir spielen nochmal eine Runde. Planet Wars Cutter 2. Das kam einfach so gut an. Machen wir ein schönes Gameplay-Video wieder. Video starten. So. Einfilter, Stereo, alles richtig eingestellt. Naja. So, wie nennen wir das denn jetzt schon wieder, ne? Alter. Wie nennen wir das Video? Wir brauchen einen guten Titel. Miene-Kraft ist kein Hidi-Kraft. Oh, ich hab mal so eine Lad-Dings gemacht. Ne? Ist eine wichtige Weisheit. Hashtag. Ist das schon das dritte Video dann? Oder das zweite? Ich glaub das dritte, ne? Ich mach einfach gar keinen Titel. Keine Dings. Einfach nur so. Passt schon. Aha. So, jetzt nehmen wir wieder auf. Leute, ich bin bereit. Bin bereit für das ultimative Video. Oh, ein Drache. Intro mit Logo. Intro mit Logo. Okay. Ob das so gut ankommt, wenn Logo dabei ist? Professioneller Kommentar. Also, ich glaube, an dieser Stelle liegt ein Bär tot. Und ich bin ein Steinzeitmensch. Sehr professioneller Kommentar. Auf jeden Fall. Mörderischer Blick. Ne, was ist mörderisch? Keine Ahnung. Wie kommt man mörderisch? Normales Spiel. Ich kann dann... Ich muss irgendwas auswählen. Mach euch mal ernster Kommentar. Mö, mach mal doch ernster. Weil das geht da grad voll ab mit Drache und so. Okay. Übergang ins Schwarze. Ey. So richtig smooth, Alter. Richtig smooth. So, machen wir noch mal einen Farben und noch einen weichen Fokus, Alter. Perfekt. Also, ich renne da jetzt einfach ohne, dass ich es schneide. Das kommt gut, habe ich gehört. Okay, eigentlich ist alles gut, bis auf das hier. Das ärgert mich jetzt. Das wird das perfekte Video ruinieren. Inhalt, wow. Video Qualität, wow. Nachbeiflung, wow. So. Mann, wow. Hochladen. Ich will mich noch nicht mit Olin unterhalten. Guck dir den mal an. Soll ich mir jetzt mal rasieren, der Junge? So, neue Dings. Ich sollte jetzt lernen gehen, endlich. Bevor Mutti wiederkommt. Oh, Sprach, ne? Das rüsten wir jetzt aus. So. Mehr habe ich zum Skillen leider gerade. Allergie immer noch. Wird auch die nächsten Wochen so anbleiben geführt. Wie lange das Rennen hat, alter Vater. So, jetzt erstmal nochmal schlafen. Ich muss ja Geld sammeln aktuell eigentlich. Schlafen wir jetzt wichtig. Hey, wie lange er braucht für das Video, ne? Ist ja unglaublich. Ich gehe noch mit ihm bei jetzt erstmal arbeiten. Ich würde sagen, wir machen mal Zeitung ausdrang. Wir brauchen ja die Kohle. Jetzt mal ganz ehrlich. Oh, Februar 28. Bald ist hier wieder Arbeit hier. Mathe, Mathe, Mathearbeit oder so. Ah, derzeit wird schön das Video hochgeladen. Die Leitung wird gequetscht. Geile Sache. Prüfung. Er geht jetzt einfach selber zur Prüfung, ne? Okay. Ich habe bitte, bitte, das ist die Prüfung nicht ganz gescheitert. Die drei ist doch nicht gescheitert. Die drei ist das Mittelfeld. Was wäre ein Fußballverein ohne das Mittelfeld zum Beispiel? Weißt du, da kommt erstmal seine Mutter rein und irgendeine Snitch von ihm. Und er geht erstmal was snacken. So macht man das als Playboy-YouTuber. Wie awkward. Hallo. Wer will zuerst? Hallo Peter Schwurzzi. Ich möchte dich heute Abend... Die klaut meinen Monitor. Was? Du hast deinen Test nicht bestanden? Was? Ich bin gerade richtig... Zieh dich um. Ich soll mich umziehen? Ich gehe so, Alter. Ich sehe so voll cool aus. Soll ich jetzt mal stoppen? Ich bin gerade richtig verwirrt. Hatte mir gerade einfach... meinen Monitor... Oh, ich bin verbuggt. Ich bin verbuggt. Nein! Nein! So, es geht wieder. Ich habe neu gestartet. Jetzt hat sie mir den Monitor da wieder hingestellt, die Olle. Wie ist denn mal ab jetzt? Was ist jetzt mit dem Kinobesuch? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. War das Hannah eigentlich, die Olle? Was ist das eigentlich? Chatten, einladen. Ich lad die mal ein. Ich komme. Das ging aber schnell. Da ist ja Hannah. Vielen Dank für die Einladung. Wie geht es dir? Erstmal umarmen so. Wie geht es dir? Hallo. Ich liebe dich, Hannah. Komm, bin bei den dicken Arbel. Profilansinn. Reden. Wir reden erstmal. Ey, Hannah. Heute habe ich ein Video hochgeladen. Alter Vater. Oh, alter Vater. Ich habe den Andreas Elshois-Gedenkstrand gebaut. Das war lustig, Mann. Da geht die Hannah ab. Ich schätze dich einfach an meinen Computer. Sie hat meinen Computer kaputt gemacht. Ich glaube, ihr gefällt das Video nicht. Nein. Ich will nochmal flirten, Hannah. Ich finde, du hast sehr geile Hupen. Hannah. Alter, das ist so nice zu hupen, Hannah. So, nach einem Date fragen. Sag mal, ich würde dich gerne flachlegen. Wie wäre es mit uns beiden? Einmal Hoppe-Hoppe-Rei-Danspielen. Dinge zwischen uns sind interessant geworden. Mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt muss ich meinen PC reparieren lassen, weil sie geht ran und hat ihn erstmal kaputt gemacht. Tolle Sache. Ja. Ich gehe erstmal wieder lernen. Ciao, Hannah, ne? Moment, ich will nochmal auf Wiedersehen zu ihr sagen. Ach, sie geht schon von alleine. Die Hannah ist wieder da. Einladung zur Party? Na sicher, Alter. Für Hannah immer. Zieh dich um. Meine Abonnenten warten zwar. Ich gehe wieder so. Ich sehe halt so am Stylishen aus, ja? Meine Abonnenten warten. Meine Abonnenten warten. Ach, egal. Scheiß auf Videos. Ey, wir tanzen jetzt erstmal mit der. Wie die tanzen. Machen die den Gangnam Style, oder was? Ey, Junge. Mit Hannah, Alter. Hannah. Komm schon. Ey, Hannah, wir wollten noch ein bisschen raus. Gehen, Alter. Faller. Wir flirten jetzt nochmal mit ihr. Was? Flying Shock Ramp? Achso, die reden über Spiele. Ja, ich tanze nochmal mit ihr. Okay. Was ist das jetzt für ein Zeichen? Das sieht irgendwie aber nicht so gut aus, finde ich. Mehr so böse. Umarm. Oh, du bist so weich. So, wir flirten jetzt nochmal mit ihr. Wir machen das ganze Sims-Programm. Leute. Okay, 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 okay. Wir müssen Ruhe bewahren. Was können wir hier noch machen? Können wir hier noch irgendwie was Gutes machen? Ne, ne? Die anderen interessieren mich ja gar nicht so. Nur Hannah. Nur die eine. Tada. Ja, mitten in der Disco. Voll geil, oder? Hanna Level 1. Beziehung? Okay. Lass doch keine Mitarbeiter einstellen. Ich will die auch nicht einstellen. Ich will sie lieb haben. Ach, Mann. Das ist so verwirrend. Leute, Leute, wir können Hanna küssen. Oh. Sie ist traurig und er ist angepisst. Kann ich verstehen. Ich wäre auch angepisst. Hör mal, Schnecke. Ich habe dich schon schön getrunken. Jetzt gib mir doch gleich mal ein Schmatz euch hin. Küssen. 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 Die haben sich geküsst. Oh, wie süß. Von einer Beziehung, Alter. Du, hör mal, Schnecke. Wie wäre es mit uns beiden so? Wir zusammen erobern YouTube. Gut, ja, ich mag dich und ich will dich treffen. Von nun an gehen wir zusammen. Geil. Schnecke, ich hör ja auch ab. Genug. Ciao. Okay. Wir haben Hanna rumgekriegt, Leute. Meiste Sache. Von diesem Moment an konnte ich zu Partys gehen. Wenn auch immer ich wollte und jedem meiner Freunde einladen machen, könnte ich dies durch meinen Kalender am Handy. Manche Veranstaltungen hatten eine kleine Ordnung. Juckt mich nicht. Klick. Einkaufen. Ich will jetzt nichts einkaufen. Oh. Mann. Du sollst zocken. Okay. Ich hätte eine kleine Koffe, die ich benötige, um zu Events zu gehen. Und was? Grün. Formelle Kleidung. Ach, Melovin, ey. Lässig. Lässig. Wir nehmen mal... Was haben wir noch nicht? Wir haben ein Lässig. Das ist Sportkleidung. Das ist ein Pullover. Ich hol mir mal ein neues Spiel jetzt endlich. Krimi Boat oder so heißt das. Da tun wir uns mal. Kauf hin. Danke, Mann. Ist zwar ein bisschen teurer, aber man muss ja auch investieren, Leute. Man muss ja auch investieren. Schau mir beim Spielen zu. Klingt wie ein Titel von einem sehr interessanten Video. So, neues Spiel. Erstmal jetzt zocken. Wie hieß das nochmal? So hieß das. Perfekt. Erstmal ein schönes Gameplay-Video darüber machen. Lassen wir alles so. Krimi Boat. Alter. Wartet. Wir nennen das Video. So, wir müssen ja was Cooles machen. Ähm. Survival Games of Gommel. Ähm. What PvP... Warte, nee. It's... Grog PvP in Survival Games. Perfekt. Perfekt. Ah, das muss da hinten weg. Komm schon weg damit. Grog. Alter, nice. Hallo, magst du... Nein! Verdammt, ich will nix kaufen. So, so, so. Intro mit Logo. Hallo, Leute. Euer Spanns. Euer Fredolin. Professioneller Kommentar. Alter, wir haben den richtig weggejittert, nachdem ich die Kombo gedrückt habe und der Swave war. Perfekt. Ne? Sarkastischer Kommentar. Sinnloser Kommentar. Lustiger Kommentar. Alter, der Noob, ne? Hatte keine Chance. Ich hab ihn richtig weggejittert. Ha, ha. Mütterischer Blick. Und dann hab ich ihn auf Gommel gemeldet. Im Forum. Und winkender, winkender Abverabschiedung. Ciao! Wie Nebelnick. So, schön, einen weichen Fokus Farben zu ordnen. Dann machen wir das als erstes da ist, ja. Das wird, das wird der Shit. Oder auch nicht. Moment. Das passt fast perfekt zusammen. Aber auch nur fast. Ähm. Doch, erinnern wir das so, ne? Ich bin's. oben da, wenn ihr mich supporten wollt. Oder einen schönen Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von YouTubers live. Verdammte Kacke, man. Ist das geil hier, man. Ah, das ist so kühl. Und ich bin wieder richtig toll. Ich bin wieder richtig toll, dass alle anderen mega viele Lieder-Sachen gefunden haben. Und ich einen Scheiß. Einen Scheiß hab ich. Meine, mein Gott, ey. Mann. Wie nervig. Ähm, genau. Und dann gab's auch Leute, die haben in den Kommentaren auch manchmal Shit abgelassen.